Gute und Willkommen bei BBQ Culture. Wir machen heute einen Schweinebraten aus dem Dutch Ofen in einer Dunkelbiersauce. Und was wir dafür brauchen, das zeige ich euch jetzt. Komm mal mit. Also, für unseren Schweinebraten brauchen wir natürlich einen Schweinebraten. Das hier sind anderthalb Kilo aus der Schulter. Die habe ich gestern Abend mariniert. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Bilder. Ich habe mir eine eigene Marinade angerührt. Im Mörser erst. Dann ein bisschen mit Olivenöl vermischt und das Ganze dann hier einvakuumiert, das er heute Nacht schön marinieren kann. Der ist jetzt fertig. Den müssen wir gleich auspacken. Dazu brauchen wir noch ein bisschen Gemüse, ein bisschen Lauch, Karotten, Zwiebeln, Knoblauch, ein paar Gewürze, Salz, Thymian, Pfeffer, Bier als Gewürze oder als Soße, je nachdem. Ein bisschen Tomatenmark, eine Gemüsebrühe und im Grunde genommen ein bisschen Sahne am Ende. Das ist aber kein Muss. Das ist optional. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber das seht ihr am Ende. Das sind unsere Zutaten. Und jetzt müssen wir loslegen. Jetzt machen wir erstmal unsere Kohlenheiß. Kommt mal rüber. So, verwenden tun wir heute die Coconut Heat von Barbecue. Die sollen richtig schön Hitze bringen. Da gucken wir mal, wie wir unser Fleisch schön anbraten können. Die zünden wir uns jetzt an und dann geht es gleich am Blob schon weiter. So, währenddem unsere Kohlen hier im Vorbereiten sind, tun wir mal unseren Schweinebraten auspacken. Und ich bin jetzt mal gespannt, was mir da gleich für ein Duft entgegen kommt. Wie gesagt, die Inhaltsangaben findet ihr unten in der Infobox oder auf meinem Blog. Und jetzt packen wir mal aus und dann riechen wir mal dran. Mal gucken, was dabei rumkommt. Boah, das riecht schon geil. Den tupfen wir jetzt noch ein bisschen ab. Ein bisschen viel Flüssigkeit dran. Und dann treffen wir uns gleich schon am Blob wieder, wenn wir das Ganze nämlich anbraten. Also, ich tupfe das jetzt ab und dann sehen wir uns wieder. So, unseren Braten haben wir rausgeholt. Den haben wir ein bisschen abgewaschen, ein bisschen abgetupft. Die ganzen Kräuter, die da jetzt dran waren, wenn wir die jetzt beim Anbraten dran lassen würden, würden die uns einfach verbrennen. Also, das würde gar nichts bringen. Deswegen das Ganze ein bisschen abgewaschen, ein bisschen abgetupft, dass er nicht ganz zu feucht ist. Und dann bleibt das übrig. Das riecht fantastisch. Also, die Marinade ist der Knaller. Das bisschen, was jetzt an Kräutern noch dran ist, ist nicht schlimm. Das macht keinen Unterschied. Aber den Großteil solltet ihr versuchen wegzukriegen. Nicht, dass ihr zu viel verbrannte Kräuter dann später drinnen habt. Jetzt geht es noch ein bisschen ans Gemüse. Wir müssen noch ein bisschen was schnippeln, ein bisschen was schälen. Dazu hole ich euch nochmal ran. Also, kommt her. So, unsere Karotten müssen wir natürlich schälen. Den Lauch, da nehmen wir uns die äußerste Hülle ab. Den Knoblauch tun wir uns ganz fein hacken. Und die Zwiebeln tun wir uns auch recht fein hacken, weil die tun wir später noch ein bisschen mit anschwitzen. Ja, das machen wir jetzt. Und dann geht es auch gleich am Topf los. Dann muss das Fleisch erstmal angebraten werden. Also, tun wir mal schälen und schnippeln. So, wir haben unsere Lauch und Karotten geschnitten. Jetzt ist dann aber unsere Kohlen schon soweit durch. Jetzt gehen wir erstmal in den Topf, dass wir den schön vorheizen können und das Fleisch anbraten. In der Zwischenzeit können wir immer noch die ganzen Zwiebeln und Knoblauch schneiden. Also, gehen wir erstmal rüber und bereiten uns den Topf vor. So, dann nehmen wir uns den Topf erstmal runter. Und jetzt nehmen wir hier unsere Briketts und legen die erstmal alle hier drunter. Wir wollen ja erstmal schön Rums von unten haben, um das Fleisch schön anbraten zu können. So, jetzt können wir unseren Topf wieder drauf stellen. Und lassen die jetzt erstmal heiß werden und dann geht es zum Braten weiter. Wir können während dem der Topf jetzt sich langsam aufheizen trotzdem weitermachen mit unseren Zwiebeln. Und die schälen wir uns jetzt erstmal. So, unsere Zwiebeln haben wir geschält und die schneiden wir uns jetzt erstmal klein. Und da geben wir uns jetzt auch gar nicht groß Mühe. Schneiden die uns einfach nur in grobe Würfel. Das tut's schon, mehr brauchen wir gar nicht. Ja, und das machen wir jetzt mit den restlichen Zwiebeln auch. Und dann treffen wir uns am Topf wieder, weil der heizt gerade gut vor. So, Zwiebeln auch fertig und jetzt treffen wir uns erstmal am Topf wieder. Und dann geht es erstmal ums Fleisch. So, dann machen wir den Deckel mal ab. Man merkt schon, hier kommt gut hier zu hoch. Dann tun wir da ein bisschen Öl rein. Das verteilen wir erst noch ein bisschen. Jetzt steht ein bisschen schief heute hier alles. So, und dann legen wir mal unser Fleisch rein. Ich liebe dieses Geräusch. Den Braten tun wir jetzt erstmal überall anbraten, dass man schön ein bisschen Truste kriegt. Und dann nehmen wir ihn wieder raus. Und dann kommen erstmal die Gemüse und die Zwiebeln alle rein. So, dann drehen wir das gute Stück mal. Na ja, so sieht das aus. Sehr schön. Und weiter geht's. So, dann drehen wir ihn nochmal. Jetzt nehmen wir uns nochmal eine andere Seite. Ja. Und lassen wir es jetzt mal hier so ein bisschen stehen. Wir versuchen auf allen Seiten ringsrum, da auf jeden Fall auch nochmal Röstaromen dran zu kriegen. So, unser Braten hat jetzt überall schön Röstaromen bekommen. Sieht auch jetzt schon geil aus. Den holen wir jetzt aber erstmal wieder da raus. Und als nächstes tun wir jetzt unsere Zwiebeln rein. Die Zwiebeln schmoren wir uns jetzt einfach nur ein bisschen mit an. Und dann kommt das andere Gemüse auch gleich dazu. So, wenn unsere Zwiebeln jetzt langsam glasig angeschmort sind, kommt der Rest hinzu. Also unsere Karotten, unser Knoblauch und unser Lauch. Und das schmoren wir jetzt auch nochmal kurz wieder an. So, wir haben jetzt alles angeschmort. Machen wir uns hier unten ein bisschen Platz. Und jetzt kommt hier unten noch ein bisschen Tomatenmark rein. Gar nicht so viel. Das ist jetzt nicht so hoch konzentriert. Weil das auch schon ein bisschen vorgewürzt ist. Ihr könnt aber auch ganz normal das Tomatenmark nehmen. Das tun wir jetzt auch noch ein bisschen mit anschmoren. Und dann geht's gleich wieder weiter. So, jetzt haben wir das hier unten auch ein bisschen mit anschmoren lassen. Und jetzt tun wir das Ganze wieder gut verrühren hier. Und ich sage euch, das ist schon ein Düftchen jetzt. Aber... Jetzt geht's weiter. Jetzt tun wir das Ganze ablöschen mit einem schönen Dunkelbier. Dann kommt jetzt noch ein bisschen Gemüsebrühe dazu. Noch einmal rühren. Und dann tun wir den Braten auch schon wieder zurück. Eine Sache habe ich fast noch unterschlagen. Jetzt kommt noch ein bisschen Thymian mit rein. noch ein bisschen frischen Pfeffer. Jetzt verrühren wir das Ganze nochmal. Und jetzt kommt unser Braten zurück. Unser Prachtstück. Jetzt bauen wir das Ganze ein bisschen um. Jetzt kommt der Deckel drauf. Dann kommen ein paar Kohlen nach oben drauf. Und dann müssen wir leider erstmal eine längere Zeit warten. Einmal Deckel drauf. Und jetzt bauen wir um. So, da wir ja nicht so viel Hitze von oben wollen. Sondern eigentlich die meiste von unten, dass es schön kochen kann. Haben wir nur ein paar oben hingelegt. Das sollte so tun. Und jetzt heißt es leider lange warten. Für mich, für euch ist es wahrscheinlich gleich soweit. Also für euch ist es gleich für mich. Bis nachher. So, noch eine dreiviertel Stunde ungefähr. Gucken wir mal rein. Jetzt nehmen wir uns den Braten. Und drehen den einmal. Riechen tut das schon fantastisch. Sehr lecker. Jetzt rühren wir hier ringsrum nochmal ein bisschen. Dass ich das alles noch ein bisschen verteilen kann. Und jetzt kommt der Deckel auch schon wieder drauf. Und jetzt heißt es wieder warten. So, zweieinhalb Stunden sind es jetzt ungefähr gewesen. Nehmen wir den Deckel mal runter. Es dampft noch. Ein Geruch kommt hier hoch. Gucken wir mal was das Fleisch macht. Oh ja, das ist schön zart. Das fällt auseinander. So, wir holen jetzt den Braten raus. Und dann tun wir die ganze Soße durch ein Sieb jagen. Und dann nehme ich euch wieder dazu. Also, bis gleich. So, unsere Soße geben wir wieder zurück. Weil die ist ja noch nicht ganz fertig. Die lassen wir jetzt gerade noch ein bisschen warm werden. Und dann geht es weiter. So, jetzt geht es weiter an der Soße. Wir haben ja noch eine Zutat dieser Rhinus. Die ist zwar optional. Aber ich finde es immer ganz gut. Ich habe jetzt 100 Milliliter Sahne. Wir kommen noch mit hier rein. Und ich habe hier noch ein bisschen Speisestärke. Mit ein bisschen Wasser angerührt. Das kommt jetzt auch noch hier rein, dass wir das Ganze noch ein bisschen binden können. Jetzt lassen wir das kurz noch ein bisschen binden. Nicht mehr kochen lassen. Nur ein bisschen anköscheln. Ein bisschen binden lassen. Und dann schmecken wir gleich ab. Und dann ist die Soße eigentlich auch schon fertig. So, unsere Soße ist jetzt eigentlich fertig. Jetzt kommt unser Fleisch noch mal kurz zurück. Und lassen wir noch mal kurz in der Soße ein bisschen ziehen. Wieder ein bisschen warm werden lassen. Und dann sehen wir uns gleich beim Verköstigen. So, unser Braten ist fertig. Unsere Soße ist fertig. Ich habe noch ein paar Semmelknödel hier. Und jetzt müssen wir das Ganze den Braten noch mal rausholen. Den schneiden wir dann in Drangen. Und dann müssen wir probieren. Aber zum Rausholen und Schneiden hol ich euch noch mal bei. So, dann holen wir den Braten noch mal raus. Und jetzt schneiden wir ihn in Scheiben. So, dann einmal Scheiben schneiden. Aufpassen, dass das nicht auseinander fällt. Oh, da fällt er schon auseinander. Oh, saftig. Richtig gut. So, ich würde sagen, ich schnappe mir mal was davon. Und dann riechst du ein Tellerbild an. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, unser Essen ist fertig. Der Braten fällt auseinander und riecht fantastisch. Die Soße riecht auch fantastisch. Gehört ja alles zusammen. Jetzt müssen wir natürlich noch probieren. Und das mache ich wie immer nur für euch. Also reiße ich mich mal dazu hin und schneide mir einfach mal hier so ein Stück ab. Fällt auseinander. So ist es schön dran. So muss das sein. Das zergeht auf der Sonne. Richtig geil. Der Geschmack ist richtig gut. Man bekommt auch von dieser Marinade noch richtig was mit. Die Soße schmeckt es richtig gut. Also das Bier schmeckt man schon noch raus. Echt gut. Also kann ich nur empfehlen. Richtig schön. Richtig schönes Wintergericht. Soulfood. Also wenn euch das gefallen hat. Gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Vergesst die Glocke nicht. Dann kriegt ihr mit wenn das nächste Video kommt. Schaut doch mal auf Instagram vorbei. Da kriegt ihr mal so ein paar Bilder wenn ich das gerade mache. Auf meinem Blog. Da kriegt ihr noch ein paar andere Rezepte. Inhaltsangaben was wir hier verwendet haben. Findet ihr natürlich wieder unten in der Infobox. Ich würde mich über einen Kommentar freuen. Lasst mal einen da. Euer Max von Barbecue Culture. Und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.